Grüezi. Ein einziger Wort in Zwitsedusch. Nächste Jahr vielleicht ein anderer. Vielen Dank, dass Sie hier sind für unsere Saisoneröffnung. Eine Saison mit viel wunderbarer Musik und eine rote Linie von Benjamin Britten. Ich hoffe, dass Sie haben diese wunderbare Fedra genießen. Benjamin Britten war ein Freund von mir. Wir haben sehr oft gesprochen in London, in Italien, in Olderborough. Ich habe sehr oft in seinem Festival in Olderborough dirigiert. Und ich habe, ja, jetzt denke ich, in seinem War Requiem gesungen, in Chor, aus ein bisschen Jünger. Also, ich finde seine Musik wunderbar. Modern, aber attraktive. Sehr, sehr schön. Ein anderer attraktiver Komponist, finde ich, der junge Wolfgang Amadeus Mozart. Sie erinnern sich, das letzte Jahr, wir haben zweimal ein Serenade von der jungen Mozart in Salzburg gespielt. Diese wunderbaren Serenaden sind nicht so oft gespielt, nicht so gut gekannt. Und es freut mich, dass wir können diesen spielen. Noch mal in diesem Konzert und in meinem letzten, in diesem Saison. Be there. Don't miss it. Don't leave now. Also, vielen Dank. Enjoy the concert. And I'll see you afterwards. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Amen. 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 Amen.